Ich fang an mit einer jungen Dame, stellt euch vor, sie ist 17 Jahre jung, blond und ohne Haare. Ohne Haare ist falsch. Nee, alt, das ist nachts. Irgendwann steht noch da nicht. 17 Jahre jung, blond und hat wunderschöne braune Augen und heißt Marleen. Falls ihr Marleen noch einen musikalischen Hinterköpfchen habt, singt einfach mit. Kommt in Gedanken etwas näher, rückt zusammen, fasst euch an, wir schunkeln das ganze Ding mal ab. Ich muss jetzt mal meine Stimme wieder trennen. Viele fragen sich, woher hatte diese Stimme? So eine Stimme muss man sich verdienen. Tausend Jahre Kneipe und Whisky, Weiber, Cha-Cha-Cha, es geht los. Marleen, lass ein Marleen, Marleen, lass ein Marleen. Schon mit Witz. Lass ein Marleen, lass ein Marleen. Nimm dich, boah, lass ihn stehen. Und jetzt alle. Marleen, lass ein Marleen, lass ein Marleen, lass ein Marleen, nimm dich, boah, lass ich stehen. Jetzt nur die Mädels. Marleen. Marleen, lass ein Marleen, lass ein Marleen. Und das riecht nach Parfum. Marleen. Noch ein bisschen lauter, Mädels. Marleen, lass ein Marleen. Lass ein Marleen, lass ein Marleen. Nimm dich, boah, lass ihn stehen. Jetzt die Jungs, die Männer. Und Marleen. Jetzt ein bisschen dünner, muss er gehen. Marleen, lass ein Marleen. Marleen, lass ein Marleen, nimm mich, und lass ihn stehen. Jetzt nur die Jungsfrau. Alles, glaub ich. Wo seid ihr? Eines Tages gelingen bei euch. Es dürfen natürlich auch die Stimme und die Wassermäle sein. So, und jetzt fasst euch an. Und der ganze Haufen, die ganze Familie. Und Marleen, lass ein Marleen, 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 lass ein Marleen, lass ein Marleen, nimm mich, und lass ihn stehen. Wunderbar, ihr könnt es bitteschön, Herr Kapellmeister. Einen, zwei, drei, drei, vier, und... Hallo,武器. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020